Es ist voll brav. Heute, an diesem denkwürdigen Tag, am 04.07.2009, hinterlassen wir eine wichtige Nachricht für die Nachwelt. Jan geht kurz vorm Panzer fahren und ist mega aufgeregt. Die Mutter, Frau Stohmann, geht natürlich vor. Wir hören uns später wieder. Jan isst Gas. Jan haut ab. Boah, ich hab keinen Schaf. Ich hab nicht richtig gefeiert. Ich werde die Schaf. Wir haben 3dm ab, wir sehen uns, bis wir mit dem Schnauhe gehen können. Musik 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber es ist so fort. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ja. 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 Incoming tank. Ja. 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 Wer seinen Panzer liebt, der schiebt.